Willkommen zu einem neuen Permatrade Erklärvideo. Heute zum Thema natürlicher Kalkschutz für Ihre Trinkwasserinstallation. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind die zentralen Themen unserer Zeit und spielen auch bei der Warmwasserbereitung eine wichtige Rolle. Dazu muss man wissen, dass deutsches Trinkwasser in drei Härtegrade eingeteilt wird. Weich, Mittel und Hart. In Hartwasserregionen kann es bei Erwärmung des Trinkwassers zu Kalkablagerungen kommen. Sie schädigen die Trinkwasserinstallation und führen zu Energieübertragungsverlusten. Um dem dauerhaft entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, Ihre Trinkwasserinstallation und Warmwasserbereitung ab einer Wasserhärte von 12 Grad deutscher Härte mit einem Kalkschutzgerät zu schützen. Wie das geht, begleiten wir das Wasser doch einfach mal auf seinem Weg durch ein Wohnobjekt. Unmittelbar nach dem Wasserzähler durchströmt das Trinkwasser zunächst einmal einen vorgeschriebenen Hauswasserfilter, wie zum Beispiel hier unseren Permaster Black Rückspülfilter mit Druckminderer. Dieser entfernt von außen eingespülte Rost- und Sandpartikel. Danach trifft das gefilterte Wasser auf das Kalkschutzgerät Permasolvent Primus 2.1. Dieses besteht aus der oben aufgesetzten Elektronik und dem Gehäuse mit innenliegender Wirkeinheit. Im Wasserzulauf befindet sich eine Durchflussturbine. Wird nun im Haus eine Zapfstelle geöffnet, dreht sich die Durchflussturbine und es werden dem Wasserfluss entsprechend Signale an die Elektronik weitergeleitet. Diese steuert nun die Behandlung des Wassers in der Wirkeinheit. Die Wirkeinheit ist in vier voneinander getrennte Bereiche bzw. Elektroden unterteilt. Jede Elektrode besteht aus einer leitenden, porösen Struktur, die vom Wasser von innen nach außen durchströmt wird. Die benachbarten Bereiche sind bei Wasserdurchfluss jeweils unterschiedlich gepolt, positiv und negativ. Die Ladung wird während der Behandlung alternierend umgepolt. An der Oberfläche der negativen Elektrode wird ein kleiner Teil des natürlich im Wasser gelösten Kalks in feste Kristallisationszentren umgewandelt. Diese wachsen, bis die Elektrode positiv geladen wird. Hierbei lösen sich die Kristallisationszentren von der Oberfläche und werden von dem Wasserfluss mitgetragen. Das heißt, solange die Wasserbehandlung läuft, werden fortlaufend Kristallisationszentren gebildet und ins Wasser entlassen. Wozu das Ganze? Das wird nun bei der Warmwasserbereitung deutlich. Hier kommt es zu einer Temperaturerhöhung von circa 20 auf mindestens 60 Grad Celsius. Dadurch kristallisiert ein Großteil des im Wasser gelösten Kalks aus. Das heißt, er geht von der gelösten in die feste Form über und muss sich nun irgendwo an einer zur Verfügung stehenden Oberfläche anlagern. Ohne Wasserbehandlung würde er sich am Wärmetauscher und an der Trinkwasserinstallation anlagern und diese verkalken. Dank Permasolvent Primus 2.1 gibt es nun bereits eine Vielzahl von Kristallisationszentren. Sie bieten dem ausfallenden Kalk eine alternative Oberfläche zur Anlagerung, an der er sich zu gut 99 Prozent anhaftet. Dadurch kann er keinen Schaden in der Installation anrichten, sondern wird einfach mit dem Wasserfluss ausgespült. Ideale Voraussetzungen für eine optimale Energieeffizienz und eine hygienische Trinkwasserinstallation. Außerdem besonders vorteilhaft, die natürliche Wasserqualität und die wertvollen Mineralien Calcium und Magnesium bleiben dadurch vollständig im Trinkwasser erhalten. Und DVGW-zertifiziert ist das Ganze übrigens auch noch. Alternativ empfehlen wir die Kalkschutz-Kombi-Lösung Primus Vital 2.1. Sie enthält zusätzlich zum bereits beschriebenen Kalkschutzgerät den Permasolvent Vital, der bei Kupferleitungen oder verzinkten Eisenleitungen einen vorbeugenden Korrosionsschutz bietet. Zusätzlich gibt er dem Wasser durch Sauerstoffaktivierung und Verwirbelung seine ursprünglichen vitalen Eigenschaften zurück. Das kann sich nicht nur schmecken, sondern in sogenannten Kristallisatbildern auch sehen lassen. Ob es also um Kalkschutz mit Mehrwert, Filtertechniken oder andere Wasserbehandlungsmöglichkeiten geht, Permatrade bietet für alle Anforderungen eine passende Lösung. Am besten gleich durch unsere weiteren Videos klicken und mehr entdecken.